hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei anno 1800 wir sind soweit um in die neue welt aufzubrechen ich habe die triple 2 beladen wir haben die fünf kampfschiffe und wir machen jetzt mal eine neue gruppe und schicken die in die neue welt ich bin mal gespannt ja ich werde immer so ein bisschen begleiten das eine schiff wird andersrum na gut war es mal eine paprika insel da fehlen zehn ziegel kriegsschiff meldet sich zum dienst schiff unter beschuss na was soll die wurde kurz angegriffen und enttäuschung zurück die zerstört nein jetzt greift hier an naja schiff unter beschuss ein schiff wurde zerstört schande jetzt haben die meine handels ach kacke ihr hafen wird angegriffen was wo ein axiomara muss probieren da fehlt doch nur ein ditch sehr schön so wir müssen auf jeden fall noch ich habe jetzt keine zeit ne das ist einfach nur natürlich müssen wir den kram hier mitnehmen wir haben jetzt glaube ich eine handelsroute nicht mehr ja die konserven fehlen warte mal da hatte ich aber noch ein schiff momentan langsam ich hatte noch ein schiff hier oben gebaut kann er nicht abliefern hast du zufällig kanonen für mich war mal ziegel und kanonen so und die schicke ich jetzt wieder hier rüber sind unterwegs schiffchen du sammelst noch ein bisschen ein hier die omara ist nämlich schon so weit dass die dieser linien schiff von den ganzen kram hat weißt du was die sturmvogel 3 die setze ich jetzt einfach hier drauf auf den weg ein ich lasse nochmal kurz den kram hier einsammeln vorsetzen jetzt gehen wir einfach die auf den handelsroute so dann kann die sich ja auch ein bisschen verteidigen so war das material hier im wasser ich habe doch eben noch material gesehen das ist wahrscheinlich mittlerweile untergegangen kriegsschiff meldet sich zum dienst steuermann hier schiff ist von der überfahrt zurückgekehrt das heißt drüben die schiffe sind angekommen ihr schiff ist von der überfahrt zurückgekehrt was ist denn der dabei dynamit ihr schiff ist von der überfahrt zurückgekehrt warte mal kurz fahr mal kurz hier hin die hat dynamit dabei das war wahrscheinlich von der omara die feierlichkeiten sind beendet noch mal ganz kurz zurück und dann starte ich wieder den die attraktivität ihrer stadt hat sich verringert so jetzt kann sie wieder genau so jetzt gehen wir mal in die neue welt ihr schiff ist von der überfahrt zurückgekehrt da fehlt aber noch eins oder zwar noch fünf wie stark bist du hier verteidigt auf deiner verkackten insel du hast doch kein zuckerrohr von daher interessiert mich das eh nicht ja ich könnte ich weg machen ich könnte aber hier wieder anlegen an meine ursprünglichen insel ne da ist gar keine verteidigung und auch hier könnte ich entsprechend mir die insel wiederholen die beiden so warte mal ja dann was ist mit der insel die hat kein zuckerrohr ne man ist nur ich hab doch fünf rüber geschickt oder anscheinend nicht ich meine die müssen ja mittlerweile sollten sie ja mal alle angekommen sein ja dann holen wir uns mal la isla wieder würde ich sagen ich meine die hat hier nicht viel aufgebaut das heißt wir können hier schon einiges erreichen kanonen hätte ich noch mitnehmen sollen dass wir hier das auf jeden fall verteidigen können gibt es hier denn irgendwo eisen ne gibt es gar nicht ne das heißt das müssten wir sogar rüberfahren jetzt schiff und der beschoss insel erobacht bereit für die revanche naja so die könnten wir uns noch holen das ist meine insel komm ja nicht auf dumme gedanken doch doch so die haben ziegel dabei und alles mögliche okay ein guter zug schätzchen schiff unter beschuss was das war nur kurz kurz gespeichert so wir haben la isla wieder das heißt wir können hier wieder aufbauen sehr schön und der hafenmeisterei haben wir noch zwei handelskammern dann schicke ich jetzt mal die tölpel rüber weil wir brauchen wir müssen handelsroute einrichten genau wir machen das anders ich sage jetzt zwischen der die soll mal kanonen rüberbringen und was brauchten hier noch ich sage mal dass die kanonen rüberbringt weil die wird eventuell weggeballert wenn sie drüben entlang fährt okay whatever wir bauen jetzt hier erst bei uns was auf ähm feuer wütet in einer ihrer fabriken ich hoffe ich habe hier wo ist hier die feuerwehr unterwegs schüssel habe ich hier gar kein doch hier oben da sind sie auch schon unterwegs okay aber ich glaube hier nochmal eine feuerwehr zu setzen ist vielleicht gar nicht so dumm wer ist denn hier drüben bitte eingezogen wer ruft hier nach dem großen panjandrum äh der dreht schon wieder durch das machen wir mal ganz kurz hier wollten wir doch Achtung Admiral anwesend kann ich nicht abwerfen das Zeug ne so ich gucke mal ob ich hier noch einer eine kanone hinbauen kann das geht nicht ja dann haben wir hier zumindest eine kleine verteidigung so weißt du was dann fahre ich jetzt mit dem schiff hier hin hol mir ja kanonen ab ja wir haben auf jeden fall genügend und ähm dann probieren wir drüben uns eine verteidigung aufzubauen dann fahre ich jetzt alle kanonen da rüber oh oh nur kleine sind das da wird nicht viel passieren so wo ist denn das schiffchen da ist es doch kann ich nicht abladen gut dann wa oh die kanonen haben sich anscheinend bewährt gemacht hier drüben da fehlt uns zehn kanonen ah hat sich auf jeden fall gelohnt so jetzt aber zurück zurück ähm Kriegsschiff meldet sich zum Dienst du nimmst mal bitte kanonen mit rüber komm wir nehmen direkt 40 mit rüber nehmen wir nochmal so drüber Stahlträger irgendwie was wir drüben brauchen können ich glaub erstmal nicht schnapps eventuell wenn wir schon rüberfahren kann man die Paprika irgendwie droppen nicht die irgendwie wie kann ich sowas über Bord werfen warte mal Achtung Admiral anwesend so geht's nicht zu weit weg Segel setzen so mehr als bereit sind wir mit dem Paprika in denen los geworden ähm dann schicken wir die jetzt in die neue Welt Spielstand gespeichert die Heilboot und dann gucken wir dass wir uns drüben was aufbauen können so jetzt aber jetzt geht's los ähm wir haben hier keine großen Flächen aber der Marktplatz reicht ja wenn wir hier praktisch einen einen Weg rüberziehen würden ne das heißt wir werden hier irgendwo erstmal Holz abbauen am besten hier oben 100% so und dann ziehen wir hier auf jeden Fall erstmal schon mal was entlang und kommen wir hier rüber ja so ein kleines Lagerhaus machen wir einfach in diese Ecke und das Sägewerk passt hier nicht hin machen wir halt hier gegenüber so dann müssen wir jetzt erstmal ein paar Häuser setzen damit überhaupt jemand arbeiten kann Schiff unter Beschuss das ist das ist unsere Handelsroute ist das haben wir denn hier irgendwo Kriegsschiff meldet sich zum Dienst warte mal du gibst mal wo ist denn unser Handelsschiff ne das ist es nicht wo ist denn unser Handelsschiff hier gemeinsam triumphieren wir okay wir haben nicht genügend Kanonen alles klar lassen wir es mal so fahren der Leitschuss müsste eigentlich gehen so La Isla dann da bauen wir ja schon die größeren Arbeiter ist ja Quatsch müssen wir uns erstmal hier aufbauen okay okay so Bewürfnisse der Arbeiter kein schlechter Ort für den Lebensabend Bananen da oben ist Öl braun mal der wir haben nicht genügend Holz okay da müssen wir ein bisschen Holz aufbauen Bananen 30-30-30 also jeweils 1A also einmal Fischöl die Waffenruhe wurde beendet da haben wir Fischöl und dann ein Bananenfeld ähm machen wir das hier unten direkt an den Hafen da können wir vielleicht das ja genau nehmen wir das Teilstück hier mit so und eine Bananenbräterei passt hier nicht mehr hin kommen wir hier hin wenn die nicht erst etwas bringen na gut dann muss ich das erstmal aufbauen hier ne willst du uns zuschauen dauert so Kanonen bringen wir mit rüber dann können wir hier die Verteidigung bauen im Moment fehlt so ein bisschen Holz da brauchen sie aber lang weil das hier alles leer ist so die Arbeitskraft steigt wir könnten uns hier was baut die denn hier wir könnten uns die Insel wiederholen einfach um mal ein paar Präventivmaßnahmen zu machen was ist denn hier drüben die Insel eines Konkurrenten wird belagert da fahren wir jetzt rüber ich will einfach auch mal Hallo sagen ja aber wir gucken uns erstmal an hier sind nämlich ein paar Schiffe dazwischen wir fahren einfach da rüber ich bin zuversichtlich dass wir es jetzt haben noch kein Wirtshaus wo in Northbridge kein Wirtshaus wo ist denn war das jetzt schon Zensur oder bloß Politur wer kann es schon sagen so jetzt haben wir hier mal kurz Hallo bei der Oma absolut nicht wer austeilt muss auch einstecken können Absolut das ist meine Insel kommt ja nicht auf dumme Gedanken hier müssen wir ein bisschen frostig sein wir werden jetzt hier auf jeden Fall mal mitmischen was denn was ist mit dir los wirst du jetzt eifersüchtig Schiff vom Stapel gelaufen schiff unter Beschuss schiff unter Beschuss ein schiff wurde zerstört wurde zerstört schade naja da haben wir ganz schön väteren gelassen ach ja schade so wir müssen auf jeden Fall hier gucken dass wir hier oh mein Schiff ist da kannst du nehmen da fehlen uns Siegel ein Schiff wurde zerstört scheiße sie haben sie beide gekillt das war dumm ja das stimmt ich wollte nur mal kurz Rache nur für einen kurzen Moment die Rache spüren tja gut oder auch nicht gut der Angriff war dumm oh die Omara okay pass auf dann schicke ich dich wieder in die andere nee ich lasse dich hier wegen Angriffen ne so wir gucken mal was in der Diplomatie los ist zum Ende dieser Folge der Pirat wie sieht's aus unmöglich unmöglich okay die Feierlichkeiten sind beendet wahrscheinlich einspeicheln nahezu sicher sie sind ein sehr vernünftiger Mensch aber ja ich bin stolz darauf mir den Anstand bewacht ich erkenne einen Schwindel wenn ich ihn sehe leicht erhöht unmöglich okay und was ich sollte den Kavalier vom Hai doch wohl unterscheiden können die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert das funktioniert noch nicht mit ihr wie sieht's denn mit dir aus mittlerweile leicht erhöht nahezu sicher sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut wenn ich sie auf meine Seite ziehe das ist schon mal gut aber sicher wir zählen auf dich sie haben bei mir geringen Eindruck hinterlassen was denn ich bin dankbar für ihr dargebrachtes Vertrauen solche Schönheit so eine Aufgabe zu Fotografien du lässt alle im Stich deine Familie dich selbst und am schlimmsten ähm Aufgabe nach wie gehen sie Falltasten und was was die Insel fotografieren der Welt Samanthos Hafen hat man dies nicht schon mal wunderschön wunderwunderschön du hast heute viel Gutes getan so ist er so wir müssen ähm hier auf jeden Fall noch Sachen drüber schicken wir können ja mal gucken ob wir hier Kanonen einkaufen können ne was wollen die Ziegel wollen die haben ne können wir eigentlich auch selber herstellen die Ziegel oder gucken ob das vom Weg reicht wir brauchen mehr Arbeiter nein nein das langt nicht gut und wir brauchen mehr Arbeiter ja wir überleben und die brauchen erstmal die Dings okay so wird das nix okay halten sie lieber die Feder oder das Schwert ah sie schließen sich der Gerechte ja ja das können wir ruhig machen gut wir brauchen hier auf jeden Fall Ziegel das heißt wir müssen hier noch die Arbeiter ausbauen wir müssen die Ponchos nähen 30 30 auch so eine 1 und 1 Produktion dann müssen wir eventuell hier aber was werden wir machen die hier ein bisschen verschieben dann können wir nämlich hier noch einen Weg durchziehen gut dann machen wir hier die Poncho Produktion hier unten direkt würde ich sagen Alpaka Farm 4 4 5 5 5 5 6 7 7 7 8 8 8 so dann schauen wir nochmal ob wir das noch hinkriegen die Folge ist ja fast eine halbe Stunde festgezockt ja das langt auf jeden Fall na guti wir haben wieder ein bisschen was eingenommen und ich würde sagen ich schicke nochmal ein ein Transport in der alten Welt los du hast Paprika du wirst hier ganz kurz ranfahren und dann schicken wir nämlich noch Ziegel rüber na komm die sind so träge die Dinger dann schicken wir hier nochmal einen Satz Ziegel rüber und schicken das Schiff in die neue Welt so beim nächsten Mal sehen wir uns wieder und dann reißen wir das Ruder hoffentlich noch rum bis zum nächsten Mal Tschüss verbrechen wie verdürt ist es auch noch rum Vielen Dank.